Hallo, in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du dir Armbrustbolzen mit Metallspitze herstellen kannst. Wie du die Metallspitzen dafür herstellst, das habe ich bereits in einem anderen Video erklärt, da kannst du gerne einmal nachsehen. Und wir brauchen weiterhin einen kleinen Holzstock, eine Feder und ein Steinmesser und natürlich die Metallpfeilspitzen. Feder und Spitzen habe ich bereits in dem Rucksack, genauso wie ein Steinmesser, das habe ich hier in der Trainingshose. Also fehlt mir nur noch der kleine Stock. Dafür werde ich jetzt hier einmal den Busch zerteilen und daraus werde ich natürlich einen kleinen Stock bekommen. Und dann gehe ich hier zurück aufs Handwerk und sehe, jetzt ist es alles grau hinterlegt. Jetzt habe ich alle Zutaten, die ich brauche und kann mir das schon herstellen. Und auch das landet natürlich, wenn es gleich fertig ist, hier auf dem Boden. Einmal mit Doppelklick drauf und dann ist es hier im Inventar bei mir jetzt in dem Fall in der College-Jacke gelandet, weil mein Köcher schon voll ist. Und auch hier könnt ihr zwölf Stück aufeinander stapeln. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!